Hallo ihr Lieben, interessant was da so los ist, ne? Also Yvonne Wölke wurde gesichtet mit Peter Klein im Baumarkt und ich weiß ganz genau, dass ihr gerne wissen möchtet, was denn da so die Hintergründe sind und ob sie denn wirklich da so verliebt sind oder, weiß ich nicht, eine Beziehung ansteht oder wie auch immer. Ist sehr interessant, nicht? So, und ich habe jetzt hier mal geschaut, was sind denn so überhaupt die Gedanken, wenn sie einander denken, ja? Also wenn jetzt Yvonne Wölke an Peter denkt und andersrum und vor allen Dingen, wie geht es denn jetzt erstmal so in Zukunft mit denen überhaupt weiter, wenn sie überhaupt weitergehen? Und was ist da los? Ich meine, wieso sind die im Baumarkt? Ja, wenn dich das hier interessiert, dann folge mir doch. Ihr dürft gerne gratis abonnieren und ein Like da lassen. Wenn ihr liked, dann mache ich natürlich noch viel, viel mehr von den Videos, weil dann werde ich besser gerankt und ich weiß, ob ihr euch interessiert und dann kommt von mir auch immer Nachschub. I promise. So, der Peter, wenn er halt an die Yvonne Wölke denkt, ja, dann denkt er an Konkurrenz, ehrlich gesagt. Und er denkt daran, irgendwie, hm, hm, wisst ihr was, also so richtig lautere Absichten sehe ich beim Peter interessanterweise gar nicht. So, als würde der überhaupt noch gar nicht bereit sein für eine feste Beziehung eigentlich. Als würde der ja vielleicht die Yvonne so ein bisschen haben wollen als so eine Trophäe tatsächlich, um so ein bisschen anzugeben, in den Medien zu sein. Ey, so richtig ehrlich, es kommt mir das hier nicht rüber. I'm so sorry, ja? Wir haben halt den Teufel hier. Ähm, da sind halt auch andere Anwärter, äh, bei Yvonne. Ich meine, schöne Frau, ja. Also, ich sag mal so, ähm, ne, äh, in der Liga, wo sie sich befindet, gibt's auch so einige andere Kandidaten. This is not the problem. Also, ich seh, äh, der Peter, der will, glaub ich, hier so ein bisschen sich die Hörner irgendwie abfetzen. Ich weiß nicht. Äh, aber er findet sie schon auch toll, ja. Also, da sind auch schon solche, ähm, es sind hier schon ihr Lieben. Es sind schon so verliebte Gefühle beim Peter da, aber er hat schon Angst, auch schon wieder vor der neuen Küste, ja. Er hat Angst, dass das zu ernst wird mit den Zähnen der Kirche. Der hat da kalte Füße. Ich meine, nach 23 Jahren Ehe, dessen Mann da jetzt nicht sofort, auch wenn es unbewusst ist von mir aus, aber Ängste sind hier auf jeden Fall vorhanden, ja. Und ich meine, ähm, in meiner Praxis als Kartenlegerin sau viele Jahre, muss ich euch ehrlich sagen, immer wenn ich so Ängste sehe, ist es schwierig, ähm, einen positiven Ausgang einer Verbindung irgendwie zu, also, hab ich noch nie gesehen, ja. Wisst ihr, ich hab das noch nie gesehen, dass zum Beispiel, ähm, eine Sache gut ausgegangen ist, wenn einer Ängste hatte. Ja, weil irgendwie diese Ängste, die, die stecken bei uns schon unbewusst drin in uns Menschen. Ich sag nicht, dass es unmöglich ist, aber ich sag nur das, was meine Erfahrung ist seit ganz vielen Jahren, ja. Also, wenn ich so ein Vibe hier bekomme, ja, das ist ja so eine Energie, die mir hier reinkommt. Die Bilder, die können sich leicht unterscheiden, aber das geht um die Energie. Es gibt auch, ähm, im Kartenlegerfach, ähm, also das hab ich auch in meiner Ausbildung gemerkt, ähm, da waren dann mehrere Kartenlegerinnen an einem Tisch. Es wurde eine Frage gestellt, sozusagen, und, ähm, jede hatte andere Bilder auf dem Tisch liegen, ja, aber das gleiche Tarotkartenset, so diese normalen Rider-Waite-Karten sind es hier, die ihr seht. Und, ähm, jeder hatte andere Bilder, wirklich, die Bilder haben sich unterschieden, aber jede Frau hat das Gleiche gesagt, meistens Frauen in solchen Berufen, ja. Also, äh, Tarotkartenlegen ist natürlich eine uralte Kunst, wenn man sie richtig macht und nicht, wenn man irgendwie, ah, das benutzt, weil, weil Leute bestimmte Dinge hören wollen. Darum geht's gar nicht. Ich mache auch meine ganzen, ähm, Orakel zum Thema, ich mache auch für persönliche Themen, ja, so, das heißt, wenn, wenn du was persönlich für dich wissen willst, solche Orakel mache ich auch, könnt ihr auch mal schauen. Die sind auch immer ehrlich, also, das heißt, wenn ich sehe, dass da jemand nicht ganz ehrlich ist oder sowas, dann sage ich euch das, ich lüge da nicht rum oder so. Also, äh, gibt verschiedene Kanäle, die einem sagen, ah, er kommt wieder und bla bla bla, aber das ist Blödsinn, ne, muss schon bei der Wahrheit bleiben. So, und ich sehe hier, mhm, schwierig, ja, und sie ist so ein bisschen das Prinzesschen auf dem Trönchen, was, was sie auch sein sollte als Frau, ja. Ähm, sie erwartet, dass die Männer halt schon auch natürlich sich beweisen und nicht irgendwie über sie drüber rutschen, nur weil sie in den Medien ist, nur weil man von ihr Publicity haben kann, das ist ja ganz, ganz wichtig. Auch eine Frau, die eben nicht, ähm, in den Medien ist, sollte natürlich auf ihr Herzlein aufpassen, ja, und das tut sie ganz gut. So, das macht sie schon. Ähm, das ist halt einmal so das, ähm, sie, wenn sie an den Peter denkt, sieht sie erstmal an den, also denkt sie an den nächsten Schritt, ja. Die Frau denkt nicht 100 Jahre in Zukunft, sie hat nicht im Kopf, äh, das rosa-rote Kuckucksheim oder wie es heißt. Ja, manche Frauen sind ja so verliebt. Ich war auch schon mal dort, Mädels, ja. Ja, ich war auch schon mal dort, gell, ich so immer mit einem Augenzwinkern, aber manchmal verknallt man sich so hardcore, dass man irgendwie schon so, wisst ihr, im Kopf schon so das, das Reihenhäuschen so eingerichtet hat und der Typ hat einen noch nicht mal irgendwie, ähm, zum dritten Date eingeladen. Das ist natürlich Schwachsinn, ja, weil Männer ticken da ganz anders oft. Ähm, aber ja gut, das ist so, ich glaube, ähm, ja, jeder Heldin passiert sowas einmal im Leben, ne. Ja, aber die, äh, Yvonne hier, äh, sie denkt immer von einem Schritt zum nächsten, was sehr, sehr gesund ist. Und, ähm, sie findet aber die Angebote von Peter irgendwie nicht ganz ausreichend, ja. Also, sie findet nicht, dass er ihr die richtigen Angebote macht hier, um ihr zu zeigen, dass er sie wirklich als Frau wertschätzt. Das findet sie nicht, sie findet das noch zu klein hier, ja. Ja, und ehrlich gesagt, er ist ja auch nicht ganz so, guck mal, der Teufel, ja, der will, also so ein bisschen so, so eine Tendenz von billig davon kommen, sehe ich hier schon. Muss ich euch ehrlich sagen, ja. Ähm, ja, und das findet sie nicht ganz so toll. Und sie hockte sich aber auf den Thron als Königin der Stäbe und das ist toll, weil, ich meine, ob jetzt, wisst ihr, die einen mögen Yvonne Wölke und den Peter und die Iris Klein und die Jenny und die Katzenberger und so weiter. Ja, wobei, ich bin im Katzenberger-Team, ne, das habe ich ja schon mal gesagt, ich habe mich schon mal geoutet. Aber, ähm, die anderen mögen es gar nicht und finden die Publicity als Unterhaltung und regen sich über die auf, jedem das Seine, ja. Aber was wir als Frauen uns hier abgucken können, ist, sich hier echt auf den Thron setzen. Und ob man irgendwie Miss Germany oder Miss World oder was sie da war, jemals gewesen ist oder nicht, eine Frau sollte sich stilisieren zu einer wenigstens Königin, damit sie nicht verhascht wird von Männchen, vom männlichen Geschlecht, einfach auf Deutsch. Ja, ich rede gerne ehrlich, es ist hier Kartenlegen, es geht hier darum, dass man durch die Wahrheit eine Entscheidung trifft, die gesund für einen ist und nur das ist meine Intention. Ja, so, ähm, ja und sie macht es sehr, sehr gut, ihr Lieben, sie macht es sehr gut. Gut, sie, sie, die Yvonne will Ehrlichkeit und strahlt Ehrlichkeit aus, was wir von ihr halten, mögen oder nicht. Ich habe keine Meinung zu Yvonne Wölke, ich kenne diese Menschen nicht persönlich, ähm, sie geben mir ganz viel Reichweite, dafür bin ich dankbar. Ja, weil ich weiß ganz genau, durch so Trash-Sachen, ähm, lernen mich auch andere Menschen als Kartenlegerin kennen und da kann ich nur dankbar sein, ja. Ähm, ich selber finde Yvonne Wölke ganz dekorativ, also, und ich finde das ganze Thema ist irgendwie da, ja. So, ihr Lieben, also das war das, ja, was, wie geht's denn weiter mit den beiden? Naja, irgendwie, wisst ihr, der eine beäugt den anderen. Das ist so jeder, also der Peter Klein beobachtet Yvonne Wölke und Yvonne Wölke beobachtet Peter Klein argwöhnisch. Das ist doch keine Romantik, wenn der eine dem anderen nicht vertraut. Trotzdem ist hier natürlich schon auch eine gewisse Verliebtheit da. Yvonne Wölke steigert sich dann nicht hinein, was sehr gesund ist. Können alle Frauen was von lernen, ob man Yvonne Wölke mag oder nicht. Ja, und sie bleibt als Herrscherin auf dem Thron sitzen. Ob sie über 40 ist, unter 40 ist, über 60 ist oder im Grab ist, wir bleiben auf dem scheiß Thron sitzen, fertig. Irgendein Männchen kommt schon daher. Aber, wenn man seine Standards hochhält, hat der da keine Chance und das ist ein wunderbarer Abschluss für dieses Video. Ihr liked bitte, bitte, bitte liked, ja. Teilt das Video herum, sehr gerne. Ähm, Karten legen, ja, ihr Lieben. Es gibt gute Handwerker, schlechte Handwerker, es gibt gute Kartenleger, schlechte Kartenleger und es gibt auch Ärzte, die haben schon richtigen Fusch betrieben, ne. Also, vertraut eurem Bauchgefühl, das war Michelle Durrell und ich freue mich, dich hier wiederzutreffen bei meinen Videos. Es gibt verschiedene Themen und immer auch das Aktuellste und auch mal Nachrichten, ja, und auch mal so wirklich ernste Nachrichten. Ich mache hier alles, okay? Bis dann, tschüss. 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 Bis dann, tschüss.